Ziel des Personal Fit Interviews ist es, in möglichst kurzer Zeit ein umfangreiches Bild von deinen Charakterwerten, bisherigen Erfahrungen und Soft Skills zu bekommen. Also sei du selbst und verstell dich bitte nicht. Nur so gibst du uns die Chance, dich als Menschen bestmöglich kennenzulernen. Bei Kani ist uns unsere Firmenkultur unfassbar wichtig. Wir alle vertreten die fünf Core Values, die ihr jederzeit auf unserer Website nachlesen könnt. Darüber hinaus bin ich der festen Überzeugung, dass schöne PowerPoint-Folien und Excel-Analysen natürlich zum Job eines Consultants dazugehören, aber bei weitem nicht ausreichen, um für Veränderungen beim Klienten zu sorgen. Hierbei sind People Skills deutlich entscheidender. Die Fähigkeit, mit Menschen zu interagieren und besonders individuell und respektvoll auf Augenhöhe zu kommunizieren, ist entscheidend. Auch in kniffligeren Situationen und bei Meinungsverschiedenheiten sollte man die Fähigkeit besitzen, einen kühlen Kopf zu bewahren. In Interviews begeistern mich hier immer wieder Bewerberinnen und Bewerber, die sehr reflektiert über ihre bisherigen Erfahrungen in diesen Bereichen sprechen. Möchtest du auch in unseren Interviews mit uns über diese Themen sprechen, dann bewirb dich doch jederzeit gerne auf unserer Karriere-Website. Ich freue mich auf die Interviews mit dir. Möchtest du auch in unserer Karriere-Website.